Bode, Miller und Morgan, Beck, Miller erweitern ihre Familie auf sieben Mitglieder, wie sie über glücklich im US-Magazin People bekannt geben. Herzlichen Glückwunsch, Bode, Miller, 43, und Morgan, Miller, 34. Die beiden werden nach ihren vier Söhnen Nash, 6, Easton, 2, Escher und Asksal, beide 18 Monate, sowie Tochter Emmeline, 1, wieder Eltern. Das Baby soll das letzte des Paares werden. Wir sind schlussendlich in der letzten Schwangerschaft, sagt Bode und seine Frau ergänzt. Wir sind am Ziel. Es soll eine Hausgeburt werden, der errechnete Termin ist im November. Zu der schönen Verkündung zeigt People ein neues Foto der Familie. Bode, Miller hat noch zwei Kinder aus früheren Beziehungen. Tochter Nysen Days, 13, und Sohn Samuel Nathaniel, 8er Bode, Miller und Morgan, Beck haben noch genug Liebe übrig für ein Baby. Nachdem wir Emmy verloren haben, haben wir das Gefühl gehabt. Es noch einmal versuchen zu wollen, ein Mädchen zu bekommen. Wissen Sie, es soll kein Ersatz für ein Kind sein, stellt der Olympiagewinner im Skifahren klar und betont, dass alle seine Kinder einzigartig seien. Nachdem 2019 die Zwillinge auf die Welt kamen, sei der Gedanke aufgekommen, dass das nun das Ende der Familienplanung sei. Doch sie und ihr Mann hätten gewusst, dass wir mehr Platz in unseren Herzen haben, um mehr Liebe zu geben. Erklärt die Schwangere Noch wissen sie und Bode das Geschlecht ihres Ungeborenen nicht. Tochter Emmy starb im Pool. Am 12. Juni 2018 hatte Bode Miller die traurige Nachricht über den Tod seiner und Morgens Tochter auf Instagram veröffentlicht. Emmeline, kurz Emmy, starb am 10. Juni 2018 im Alter von nur 19 Monaten. Einen Tag zuvor war sie in einem von ihren Eltern unbeobachteten Moment aus dem Haus gekrochen und in das Schwimmbecken der Nachbarn gefallen. Über den Verlust sagt die trauernde Mutter im aktuellen People-Interview. Es ist etwas, das du nie vergessen kannst.